Ja, hallo YouTube, hier ist Kraut68 mit der milden 13 und dem zweiten Teil den Männern aus Flake, die Flakes, die ich hier so regelmäßig in die Pfeife stopfe und dann abbrennen lasse. Ja, also erstmal muss ich ja sagen, also ein großes Lob an den Rallye Grufti und an die YouTube-Community. Also als ich das erste Mal in meinem Leben Pfeifen geraucht habe, als ich Student war in den frühen 90ern, da habe ich halt immer Mixtures geraucht, weil so Flake, da wusste man nicht so genau, wie das geht und wie man das macht und so weiter, da habe ich mir die Finger von gelassen. Big Mistake. Ja, weil das natürlich ein Wahnsinn ist, die Flakes, das sind ja tolle Tabake und ja, und dann habe ich dann, wie ich hier wieder eingestiegen bin, habe ich ja schon mal erzählt, in meinem Beginner-Video, da habe ich halt hier Videos geguckt und dann auch das Video, wie man Flakes raucht und dann habe ich irgendwann mal gedacht, hm, muss jetzt auch mal ausprobieren. Musste mal einen Flake rauchen, ja, und dann einer der ersten Flakes, also der erste Flake, den ich wirklich permanent durchgeraucht habe, das ist hier dieser Hamburger Fairmaster, den kennt ihr alle. Das ist ein Virginia Flake, ganz klassisch, da ist ein bisschen, ich glaube, da ist ein bisschen was drauf, irgendwie eine Aromatisierung, ich kann ja mal gucken, ob ich den hier aus der Verpackung kriege. Hier kann man vielleicht sehen, ne, so, kriegt man das jetzt scharf? Genau, da hat man die Scheiben, ne, sieht man das, so sieht der aus, ähm, schön gemacht, äh, von, äh, von DTM, ähm, ich glaube, da ist ein bisschen, ein bisschen Aroma drauf, irgendwie, so, nicht oder so, aber das ist wirklich nur, um die Sache abzurumpen, also das ist jetzt nichts, ähm, ja, was man irgendwie, was großartig vorschmeckt, sondern was man hier schmeckt, das ist eben einfach Virginia. Ähm, und den kann man auch, ähm, wenn man dran riecht, also der riecht halt eben nach, ähm, ja, nach, äh, ein bisschen nach Brot riecht der so, ich finde ich so ein bisschen, ein bisschen Pumpernickel-artig, ne, Schwarzbrot, Pumpernickel, und, ähm, ein bisschen Fantasie kann ich da auch noch ein paar Trockenfrüchte, also Rosinen vielleicht riechen und, ähm, ja, mit der Knick- und Faltmethode kriegt man den einfach in die Pfeife, ähm, ähm, anzünden, wenn er läuft, fertig ist der Lack. Und, äh, ja, wann rauche ich Flakes? Ich rauche Flakes, ähm, vor allem am, 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 am späten Nachmittag, da gehe ich dann häufig, wenn, wenn es irgendwie geht, wenn es das Wetter ermöglicht, eine Runde spazieren und ich finde zum, wenn man draußen raucht, sind Flakes einfach, äh, perfekte Tabacke. Ja, ähm, ähm, und, äh, deswegen liebe ich es mittlerweile Flakes zu rauchen und habe auch einige in meiner Tabakbar. Gut, das ist der Hamburger Fairmaster, achso, da habe ich noch ein Review gesehen, ähm, ähm, bei irgendein Amerikaner hat den Reviewed und fandet den eindimensional. Na, also wenn das eindimensional ist, dann mag ich eindimensionale Tabacke. Ähm, also, ein Tabak, der nicht eindimensional ist, das ist Cargels Flake Nummer 1, den habe ich ja hier schon mal, äh, Reviewed. Das ist, ähm, ein Flake, ähm, ähm, der kommt in so einem Endlosgürtel mit, äh, Koriander und, äh, Rosenöl ist der, ähm, 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 aromatisiert und der ist natürlich ein bisschen komplexer als der Fairmaster, ähm, auch mild, ähm, ähm, äh, feine Sache und das ist auch Plug and Play, ne? Da reißt man sich von diesem Gürtel einfach was runter, knicken, falten, in die Pfeife, ähm, anzünden und, äh, fertig ist der Lack. Ja, ähm, und den rauche ich, äh, die rauche ich immer abwechselnd, ähm, ähm, es sei denn, mir ist nach einem Navy Flake, das ist, äh, dieses gute Teil hier, ne? Den kennen ja auch alle, MacBarens, äh, Navy Flake, ähm, der ist, wie Heinz Erhardt sagen würde, klassisch erstklassisch, das ist, äh, wunderbarer Rauchgenuss, der ist mild und süß und, ähm, nach hinten geht diese Süße etwas weg und dann wird er auch ordentlich stärker, ne? Und, äh, also, riechen tut er nach MacBaron-typisch, so, süß nach Honig und, ähm, ja, ähm, Vanille, Ah, Granate. Und, ähm, ich finde, dem Tabak wird ein bisschen Unrecht getan hier auf YouTube. Also ganz häufig konnte man ja, jetzt in letzter Zeit ja nicht, aber ganz häufig konnte man, wenn Leute hier Tabac vorgestellt haben oder ihre Tabakbar, dann hören, ja, wenn ich nicht weiß, was ich rauchen soll, dann rauche ich mal Navy Flake von MacBaron. Das klingt so ein bisschen, ja, der Hunger treibt rein. Äh, das wird dem Tabak aber nicht gerecht. Ich meine, man wird nicht zum Klassiker und das ist sicherlich, ne, ne, der Navy Flake von MacBaron, das ist sicherlich ein absoluter Klassiker. Man wird nicht zum Klassiker, ähm, wenn da nicht irgendwas ist. Und, ähm, der ist eben unkompliziert und, ähm, ähm, hätte MacBaron nur einen Tabak gemacht, nämlich diesen, äh, dann wären sie schon All-of-Hame verdächtig. Ja, das ist einfach, ähm, ähm, äh, ein großartiges, äh, Raucherlebnis, ja. Und, ähm, hinzu kommt halt, dass viele Tabakläden den auch tatsächlich im Angebot haben. Ähm, das heißt also, vielleicht, wenn jemand auf dem Planet Flake landen will, dann ist vielleicht der, weil den gibt's auch in 50-Gramm-Dosen, ähm, ähm, der Navy Flake von MacBaron, ja, das ist ein ganz guter Tabak, um damit mal anzufangen. Wenn man jetzt nicht irgendwie bei DTM sowieso mal was bestellt, dann kann man es auch mit dem Fairmaster ganz gut machen. Ja, aber, äh, das ist wirklich ein guter Tabak. Ähm, hat schon ordentlich, ähm, Bums am Pfeil am Ende, aber ist jetzt nichts, wovon man sich fürchten muss. Also jeder, der, der schon ein halbes Jahr einen Pfeife raucht oder so, wird damit wunderbar zurechtkommen. Ja, und dann gibt es hier noch meinen absoluten, äh, Lieblings, äh, ähm, Flake im Moment. Das ist das Ledersofa zum Rauchen. Das ist hier dieser HaHa Latakia Flake. Der ist ja hier auch schon mehrfach vorgestellt worden. Ich bin da draufgekommen, weil der Björn den mal hier hymnisch abgefeiert hat. Und, ähm, da bin ich in den Laden gelaufen. Und das ist jetzt schon die zweite Dose. Ähm, 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 ja, das Ledersofa zum Rauchen. Man muss es ehrlicherweise sagen, äh, was ist da drin? Da ist, äh, Virginias sind da drin. Äh, Orient-Tabake für die Würze, äh, Burley, ein bisschen und dann ist da vor allem jede Menge zyprischer Latakia drin. Und deswegen ist es eben das Ledersofa zum Rauchen. Ähm, das heißt, das ist der erste Tabak hier in der, in den Tabak, den ich vorstelle, wo ich sagen würde, dem würde ich die Sozialverträglichkeit nicht unbedingt attestieren. Also wenn es Menschen gibt, die, ähm, da empfindlich sind, dann ist das, ähm, dann ist das, ähm, ja, nicht unproblematisch. Wenn man seine eigene Räucherkammer hat, in der man sitzen kann und schmöken, dann ist der fantastisch. Und ich rauche den immer beim Spazierengehen. Ähm, da ist das eher unproblematisch. Ähm, 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 warum finde ich den so klasse? Ähm, ja, weil der ist einfach mild und würzig und total ergiebig, ja. Also wenn ich den in meine, ich habe eine Bützschuh K-Pfeife, aus dem ich den immer rauche, äh, da stupfe ich zwei Platten rein, Knick- und Faltmethode, da rauche ich zweieinhalb, manchmal, also wenn ich drinnen rauche, fast drei Stunden dran. Äh, und der ist absolut lecker. Und das ist der volle Latakia-Geschmack von vorne bis hinten. Ähm, fantastisch. Ja, also wenn, wenn jemand ein, wenn jemand Latakia-Fan ist und der hat den noch nicht geraucht, dann hat er wirklich, ja, dann hat er echt was verpasst. Ähm, das ist wirklich, ähm, ein super Tabak. Ja, und, ähm, ich würde sogar so weit gehen, also, ähm, wenn man mal rauskriegen will, was Latakia wirklich gut kann, nämlich mild und würzig zugleich zu sein, ähm, dann ist das, glaube ich, kein schlechter Versuch. Obwohl ich hab da noch was Besseres, aber das kann ich mir dann im dritten Teil, wenn ich meine, äh, Mixtures vorstelle. Ähm, ja, das waren die Männer aus Flake, also vier Stück, ne, haben wir hier einmal den Hamburger Fairmaster, den ich regelmäßig rauche, und dann halt hier den Cargelflake Nummer 1, den McBurn Navy Flake, ähm, und, äh, ein echter Spaß zum Spazierengehen, ähm, keine Angst, die Vögel fallen nicht vom Baum, wenn man drunter durchläuft, der HaHa Latakia Flake, ähm, ein wunderbarer Tabak, ähm, ähm, Latakia at its best, würde ich mal sagen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, äh, bleibt gesund, lasst die Pfeife nicht ausgehen, äh, und wir sehen uns hier auf meinem Kanal. Schöne Grüße von eurem Kraut 68. Schöne Grüße von eurem Kraut 68.